Was geht ab Leute? Ich habe gerade einen Gigantiner Raid mitgenommen, gleich fängt die Raid Stunde an, ich habe davor noch einen mitgenommen, zu viert waren wir, ich, mein kleiner, ein Level 30er und ein Level 26er, oh mein Gott, 20 Sekunden Restzeit, aber leider nicht shiny, nicht 100, nicht belohnt, auf geht's zur Raid Stunde, halt, da war das verrückt. Oh Go, 1. Raid, glück sei läuft, eine Menge Freunde, EP kommen rein. Schauen wir mal, ist nur ein Arena auf der Tour blockiert, aber irgendwie wird es doch nichts mit Rekord, aber wir ziehen auf jeden Fall wieder mal durch. Go 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 go. Go, 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 go. Ich spüre das Art Kinalin, Leute. Action. Action. Das ist grün. Oh mein Gott. Tatsächlich grün. Wir schaffen es noch rüber. Richtig schlecht, richtig schlecht. Seht ihr das? Saftig pur. Nicht shiny. Und der zweite. Schauen wir mal. Ich muss schnell weglaufen und dann noch die restlichen Geschenke öffnen. Immer hektik, Mann. Immer hektik. Aber ist geil. 18,95, kann nix. Kann nix. Alter, gebt euch diese Mengenmassen. Immer. 18,63, leider. Und leider auch nicht shiny. Aber ich habe alle Geschenke durch. Jetzt haben wir bis jetzt 51 sogar. Ja, ich habe eins. Du? Hast du einen großen? Ich habe nur eine gemacht. Keine Zeit. Aber nächste stimmt. Binksack. Ja. Das probier's halt. Ja, das können wir trotzdem noch machen. Das kräftest du auch hart. Dann machen wir so die Coole gemacht. Dann machen wir so die Coole gemacht. Dann machen wir so die Coole gemacht. Ja, ich habe mal kurz 13 Minuten. Ich habe mir mal ein bisschen vorhin gekauft. Ich weiß es echt nicht mehr. Keine Ahnung. Ich habe einen Geratiner-Rufform. Also wir waren jeden Abend. Wir haben einen Sonntag mit dem Auto unterwegs. Ich bleibe mich jetzt mit. Wir haben so die Coole gemacht. Wir haben so die Coole gemacht. Wir haben so die Coole gemacht. Das wäre ein Ackerheit. Das heißt, ich habe nur einmal, zweimal Geratiner-Rufform gemacht. Wir sind zurück. Ist ja nichts. Nichts Gutes, nichts Shiny. Nur EP und Arena-Punkte. Wobei, die meisten... Wobei? Doch, so 50% der Arena habe ich noch nicht auf Gold. Und... Ich habe die WP nicht gesehen. Nächste Rate. Wir überlegen gerade, weil vorne wird es dann knapp. Rekordtechnisch. Wir sind eigentlich noch gut in der Zeit. 20 Minuten noch. Das war Rate Nummer 10. 12 Minuten noch. Oh mein Gott, sind die schlecht. Wir können auch laufen. Wir können auch laufen. Wir können auch laufen. Shiny! Shiny! Aha! Ab nach Hause! Scheiß auf den Gekord! Ja! 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 So! 19.06. Ist okay. Kann man gut vertauschen. Zack! Ich kann nicht mehr Leute. Es sind alle in Hektik und Panik. Nur noch 10 Minuten. Wir können maximal... Oh Gott! 18,73. Ich glaube den Rekord teilen. Mit 15 wieder. Aber 16 schaffen wir glaube ich nicht. Es sind nur noch 6 Minuten. Für den Rekord möchten wir noch 3. Wenn wir Glück haben schaffen wir aber nur noch 2. Eher nur noch 1. Also 14 schaffen wir. 15 um auszugleichen und 16. Schöne geht gut. Schade. 1. In der Fall von Haus. 1. 1. 2. 2. 3. 2. 3. 3. 3. 4. 5. 5. Oh mein Gott, nur noch zwei Minuten vor dem letzten Reden. 1879 direkt los, direkt. Ist das alles scheinlich? Nein, direkt los. Und rein, rein, rein. Geschafft Leute, letzte Sekunde rein. 15 haben wir geschafft. Wieder einmal hat ein Raid gefehlt. Es sah so gut aus, nur eine Agenda blockiert auf dem Weg. Immer in 9Shiny gefangen. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Gigantiner Raid Tour. So, schauen wir mal Leute. War anstrengend. Ich wünsche, ihr könntet mitfühlen, was ich fühle. Die Action und das Adrenalin. Mitfühltube. Mitfühltube. Dann würdet ihr jetzt mitfühlen, wie ich leide. Bei diesen 1867. Shiny wenigstens? Nee. Nicht Shiny. So. Rage Stunde vorbei. Ich muss sagen, erfolgreich. Denn wir haben einen Shiny bekommen. Schreibt an den Link im Tage, wie es bei euch so lief. Wie viele Shiny konntet ihr euch ergattern? Konntet ihr euch ein 100er ergattern? 100er Shiny? Ansonsten, ja, Gigantiner. Obwohl er nicht so beliebt ist. Also diese Form mit den Beinen. Waren auf jeden Fall sehr, sehr viele Leute am Start. Ein paar haben sich auch gewundert, wieso so viele Leute am Start waren. Aber ich meine, neues Shiny, ich denke, das geht an sich immer ab. Ich meine, bei Latios war ja auch so. Latias, Latios, die sind ja auch nicht so mega. Da ging es auch am Blue Gear Home, wenn die Shiny kamen. War ja auch relativ beliebt. Obwohl die schlecht sind eigentlich. Dementsprechend denke ich mal, die Mülltonnen, aka die Regis, werden wahrscheinlich bei den Rage Stunden auch einigermaßen abgehen. Auch wenn sie schlecht sind. Hauptsache neue Shiny. Wir haben jetzt sozusagen Gigantiner abgehakt. Ich meine, wir machen auch unsere nicht unbedingt freien Regpestival. Meistens mache ich eigentlich nur Klick. Aber wir haben ja beschlossen, jede Rage Stunde mitzumachen. Dementsprechend sehen wir uns nächste Woche wieder. Und ja, vielleicht gleich noch ein 98er oder auch 100er. Aber, es wurde noch ein Event angekündigt. Der Welt-Tourismus-Tag. Ich gehe jetzt nicht nochmal genauer drauf ein, weil die ganze Infos habt ihr eh schon von den anderen. Heute Abend, 21 Uhr, sind wir live. Bis 22 Uhr irgendwas. Also, wie immer, live bis das Event anfängt. Und dann ein bisschen rein noch ins Event. An sich gesagt, interessiert mich das Event kaum. Ist aber auch gut, weil wir hatten jetzt einen krassen Sommer. Sehr, sehr viele Events, sehr, sehr gute Events. Und jetzt mal ein schwächeres Event. Ist kein Problem. Neue Spezialforschung ist immer gut. Netter Zeitvertreib. Shiny Sangu ist am Start. Den können wir uns gönnen. Brüten werde ich absolut gar nichts. Nicht verwechseln. Es gibt nur Regionale aus unserer Region. In den Firmen. Das heißt, ja. Nichts Interessantes eigentlich. Dementsprechend keinen Grund zu brüten. Und nach dem Sommer, nach diesen Ultraboni-Wochen, habe ich je keine Lust zu brüten. Keine Lust und kein Geld darüber. Aber schaut es einfach 21 Uhr vorbei im Livestream. Dann gehen wir noch ein bisschen über das Event. Und dann fängt das Event an. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst bestimmt immer liken, subscribe, kommentieren. Checkt die anderen, wie es so ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt die Shop ab. Vergesst nicht. Pokemon is the business.